moin leute was geht willkommen zurück zu let's play last of us ja leute wie hier stehen geblieben auch nicht ok Ich weisse Soll ich jetzt so stehen bin, muss ich mich gerade kurz konzentrieren Boah, Alter Scheiße, ich hab... Fuck, fuck, fuck Fuck Alter, komm mal Ich bin gleich wieder tot Nein, ich費 Jösksepp Hey, mein Leben! Wir kommen schon zurück. Das Gefühl hab ich aber nicht. Konzentrier dich, wir schaffen das. Wow. Wow. Oh, ne, was? Noch ein, noch ein Klick. Oh, ne, was? Noch ein, noch ein Klick. Oh, ne, was? Warte, 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 warte! Bruder! Bruder! Ein bloater, warte! Ein bloater! Ein was? Einer von den großen scheisskerlen! Mist? Vorwarte? Warte! 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 Ai, ai, ai Ich bin gleich tot Ich bin gleich tot Was? WTF, hier brauchte der nur EIN Schuss Ich hab keine Boah, mein Leben Boah, jetzt nicht Nice Alter, mein Life, Junge Hör mal Keine Infizierten Keine Infizierten Was hab ich gesagt? Na gut Lass uns zurückgehen Und nach unserem Vieh schauen Du hast dich ziemlich gut geschlagen, Kleine Ich finde, wir sind ein gutes Team Wir hatten Glück Glück? Nein, nein, nein Das war nicht nur Glück Nein, weißt du, Kleine Ich glaube, nichts passiert Ohne einen Grund Klar Im Ernst Und ich beweise es dir Also Dieser Winter War besonders hart für uns Vor ein paar Wochen Vor ein paar Wochen da Hab ich Männerlos geschickt In die Nähe der Stadt Um Nahrung zu suchen Nur ein paar kamen zurück Sie sagten Sie sagten Die anderen wurden Ermordet Meinen Verrückten Mann Und jetzt kommt's Der verrückte Mann hatte Ein Mädchen dabei Siehst du? Scheiße Alles, was passiert hat, seinen Grund Hey Bleib ganz ruhig Du hast keine Schuld Du bist nur ein Kind James, runter mit der Waffe Vergiss es, David Ich lass sie auf keinen Fall gehen Runter mit der Waffe Jetzt gib ihr die Medizin Den anderen wird das nicht gefallen Lass das mal mein Problem sein Und jetzt geh mir aus dem Weg Du schaffst das nicht alleine Ich kann dich beschützen Ich kann dich beschützen Nein, danke Halt, die kommen doch um 10. nach Alter Schwede Los, weg hier Komm schon Ich hoffe, Joe lebt noch Komm mit Okay Ich hab nicht viel zu essen gefunden Aber Ich hab das hier Okay, heb deinen Arm Gehen Lass mal los Tut mir leid Moment Das war's Du schaffst das, Joe Du schaffst das, Joe Oh, scheiße Sie sind hier Ich werd versuchen, sie von hier weg zu locken Ich bin bald zurück Ich werd versuchen, sie von hier weg zu locken Ich bin bald Entschuldigung, sie sind hier Hey, Atsi! . Ah er ist der Bass Halleluja Come on Come on Fuck Shit Oh man Shit Fuck Okay Fuck Scheiße Bruder Eiei, okay Leben, Munition Scheiße, Mann Jetzt sind wir drauf und so allein gestellt Scheiße Oh ja, perfekt Perfekt, perfekt Das könnte jetzt lustig werden Nice Munition Oh ja ja Es geht ab, Alter Das ist krass Ich hoffe, Jolie bleibt das Wir erstellen noch kurz nochmal ein Leben Dass wir im Notfall eins hätten Aber ich habe das Gefühl Das sind Pfeile Was Was Lol Lol Die ist nicht richtig in den Bogen Die ist nicht richtig in den Bogen Die ist nicht richtig in den Bogen Ach Mist Ach was, tut das auch mal Feine Scheiße Die sind nicht richtig in den Bogen Die sind nicht richtig in den Bogen Das ist doch nicht mehr normal, die Jäger. Ja nice, eine Schrottflinte. Perfekt. Ah, darum habe ich so viel Schaden genommen. Hat dieser Idiot eine Pappe gehabt? Yo, jetzt wird mir dann alles klar, langsamer. Ah, nein. Egal eigentlich. Die Stelle habe ich schon damals gehasst. Oh Leute. Nice and Firefly Anhänger, geil. Nackelbombe, mit der kann ich irgendwie gar nichts anfangen. Hallo, ist da jemand? Und... Erleben kann ich immer gebrauchen, das ist gut. Ei, ei, ei. Ach komm, kommt mir viel erzählen, aber nicht, dass sie keine Gegner sind. Den glaube ich dir jetzt nicht, Junge. Ach komm, das ist doch ein Witz. Was? Was zum Teufel? Wo? Wo ist hier ein Gegner? Wohin? Wo ich... Das hier ist auch noch krass. Eieiii, Leute, Leute, Leute. Das sieht doch hoch aus. Das wird so sein ne? Scheisse. Und man sieht sie auch schlecht. Okay, ich will hier weg. Okay, ich will hier weg. Das war so, ne? Endgültig. Nice. Aber ich sehe hier wirklich sonst keinen. Ja, du meinst, du entkommst mir, Kumpel, ne? Nicht mir, Mann. Ich bin Eli. Okay. Okay, hier gibt es wohl nichts mehr. Hier, ne? Ja, hier, ne? Ja, nice. Perfecto. Gut, Freunde. Eh, wo kommt dieser Pfeiler? Gut, wir gehen nach oben. Vorsichtig, Eli. Loli. Wanderweg. Okay. Wer sollte hier ausführen? Ah, das ziehe ich. Du packst das, Eli. Ich meinte, ich muss springen. Okay. Fall nicht ins Wasser. Fall nicht rein. Oh je. Okay. Gut, er hat mir überlebt, ne? Das ist gut. Ah, das sieht schon krass aus mit dem Schnee. Okay. Okay. Click, click. Click, click. Nice. Eieiei. Oh. neus gibt es jetzt ist stille so das war's gut und das gehen wir hier also so richtig ja moin läuft bei uns da muss ich hin okay Okay. Wie, hier ist ein kleiner. Lol. Ich kann mich sicher mal nicht hoch, ne? Ja gut. Ich habe gesagt, dass die kommen, ja nie, das glaube ich, ne? Ja. Oh, mein Gott! Ja! Oh Gott, verdammt! Oh verdammt! Perfekt! Kommt nur her! Ich dachte, dass das so gut in den Bogenschiessen ist, ja moin! Sonst bin ich scheisse in dem! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Aber ich habe den doch einen! Oh Gott! Was ist das? Lass nach, Eli. Nein, 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 nein. Ich habe den einen Pfeil gejagt, aber den habe ich mir noch gelebt. Jalol, ne? Ich wüsste, wo ich mich hins. Das wäre noch geil, ne? Ah, okay. Ein Pfeil. Wie komme ich hier raus? Gute Frage, ne? Ah! Ich will hier nicht festsetzen. Das glaube ich dir, Eli. Das glaube ich dir. Ah, das hätte ich schon vergessen. Ah, das hätte ich schon vergessen. Ah, wo geht sie raus? Oh. Ja, ja, Moment. Ich wüsste schon, was es hier noch so gibt. Ich stelle mir noch ein Leben. Das kann vielleicht auch nicht vermitten sein. Ah, das ist ein Leben, ja. Ich fühle mich auf. Ich fühle mich auf. Nein. What the fuck? Wo hat der... Warte, er hat er wirklich gesehen. Hilfe! Ja, ist klar, ne? Ja, ist klar, ne? Was?! Ey, aber... Bruder! Was los?! Ab jetzt weiss ich, wo ich hier rauskomme. Ach nee, ist das hier? Wie denn? Alles geradeaus. Ah! Wie denn? Mann, ich bin sicher. Ja, ist klar, ne? Ey, vor was! Ja! Nein, nein, nein. Ich werde mich, der Leide, die mir steckt. Ja, und dann kommt der noch von der Seite dieser Missgeburt. Ach komm, ich will hier raus. Das ist doch behindert. Ganz ehrlich. Ah ja, Leben ist ja noch nicht komplett für was. Ja, geil, aber ich habe eigentlich gleich keins mehr. Oh, Mann, behindert ist das. Geil, ich kann keinen Kett herstellen. Aber genau das brauche ich jetzt. Was? Ey, komm, wie der jetzt mich sieht? Ich kann keinen Kett. wow keine munition mehr ich lief es wisst ihr das mit keinem muni habe und mein leben ist auch gleich wieder schon fast down du scheiße ich werde dich erledigen ja aber für fick man kom ej ey kom ich will raus man ja 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 komm ich raus hier was also hat er mich jetzt gerade erwürgt junge ich kippe dem ich 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 ich